Ich freue mich, dass der Baukredit für die Erweiterung und die Sanierung der Schulanlage im Stöckacker angenommen wurde. Hier entsteht ein grosses neues Schulhaus für 19 Klassen und dort die Natur kann profitieren. Asphaltflächen werden in Matten umgewandelt und dank mehr Bäumen und Spielgelegenheiten wird es auch ein ganz gemütlicher Ort für die Quartierbevölkerung.